Am 9. November 1989 war ich gerade aus Amerika wieder zurückgekommen und habe mit meinem Schwiegervater zusammen in der Wohnung in der Nähe von Pinneberg Lampen aufgehängt. Und habe ihm gezeigt, dass wir da auch DDR-Fernsehen empfangen können, machte es an und just in dem Moment war die Pressekonferenz mit Günter Schabowski, der gesagt hat, die Mauer geht auf. Die meisten Westdeutschen haben das ja später im westdeutschen Fernsehen gesehen. Ich war perplex, erstaunt, man merkte sofort irgendwie, die Welt hat sich verändert. Man war ja vorher in Thüringen bei Verwandten gewesen und das ist einer der Momente im Leben, wo man weiß, da ändert sich was für alle Zukunft, was man nie für möglich gehalten hätte. Und das zeigt auch ein Stück Optimismus, der für die Zukunft berechtigt ist, nämlich zu sagen, manches ist möglich, von dem man gar nicht denkt, dass es geht.